Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Ich hoffe, dir geht es gut und zwar gibt es heute auch wieder ein Video via Tablet. Am Wochenende bin ich wieder zu Hause und an meinem Setup und da wird es wieder ganz normal mit Facecam und auch hier mit meinem PC dann ein Update-Video geben. Aber immer wenn ich unterwegs bin, gibt es ein Update-Video von Montag bis Sonntag, halte ich euch immer auf den Laufenden. Deshalb würde ich sagen, schießen wir auch direkt los mit der Chart-Analyse und weil sich jeder immer hier gewünscht hat und in die Kommentare reingeschrieben hat, wir starten rein. Let's go! So, gut. Also, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart und wir gehen jetzt mal nicht ganz grob jetzt hier drauf ein, was jetzt hier passiert ist. Das ist ja jedem klar. Wir hatten das Rising Wedge, sind nach unten gefallen und das technische Preis von diesem ganzen Ding wäre die 19.300 Dollar. Aber wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen den kleineren Timeframe und vor allem diese Bewegung nämlich hier anschauen. Und zwar geht es genau hier um diese mögliche Bewegung, die uns hier nochmal in Richtung 19.300 Dollar durchaus nach unten bringen könnte. Wenn wir uns das nämlich auf einem größeren Timeframe jetzt erstmal anschauen und zwar auf dem 4-Stunden-Chart, sieht man einfach ganz gut, dass wir erstmal auf dem 4-Stunden-Chart sehr große Probleme haben, hier immer wieder über den 50er EMA hier drüber zu gehen. Und by the way, schaut das Video unbedingt bis zum Ende an, weil wir schauen uns dann auch noch Montgox an, also was da dann passiert, ob diese 135.000 Bitcoin wirklich auf den Markt geschmissen werden, das erfährst du dann auch nochmal hier im Video. Also, dann schauen wir uns das Ganze jetzt hier nochmal an. Das heißt, der 50er EMA war immer sehr starker Widerstand und jetzt wird die Sache nämlich sehr spannend und interessant. Gestern habe ich das ja euch auch hier eingezeichnet und zwar dieser Downtrend. Ich habe das auch mit den BitBoy-Membern besprochen und im morgigen Marktupdate war das auch nochmal ganz genau im Detail besprochen worden. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier mal auf den kleineren Timeframes anschauen und das ist jetzt wirklich eher was für Daytrader, jetzt nicht für Leute, die jetzt hier ihre Position jetzt über mehrere Wochen und Monate aufbauen wollen, sondern wirklich nur für Daytrader. Du gehst rein in den Markt und gehst am gleichen Tag auch wieder raus und nimmst dementsprechend dann Profite mit. Und zwar, wenn man sich diese Linie jetzt hier einfach mal anschaut, sieht man selbst auf dem 15-Minuten-Chart, dass wir hier die ganze Zeit das ganze Ding hier immer wieder angetestet haben. Dann gab es immer so einen kleinen Fake, dann haben wir es die ganze Zeit nicht geschafft, dann auch hier über den 100er EMA drüber zu kommen. Der 100er EMA ist diese blaue Linie, die war dann immer wieder sehr starker Widerstand auf den kleineren Timeframes und deshalb hat man dann hier auch immer weiteren Verkaufsdruck dann reingekriegt. Dann haben wir hier eine kleine Konsolidierungsphase gehabt. Wir hatten dann hier möglicherweise auch so ein kleines Ascending Triangle dann gesehen und sind dann nach oben hin ausgebrochen. Und jetzt wird die Sache nämlich sehr spannend, denn was ist denn passiert? Bitcoin hat seit langem mal wieder, muss man echt sagen, seit langem mal wieder ein Breakout gestartet mit einem Retest und dieses Breakout bestätigt. Wenn man das nämlich jetzt hier mal ein bisschen größer macht und uns das anschauen hier auf den größeren Timeframe, wie die Kerzen sich hier verhalten haben. Das heißt, wir hatten das Breakout, wir gehen hoch auf unseren 200er EMA, touchen diesen an, werden abgelehnt, finden dann Support auf unserer Widerstandslinie, die jetzt zu Support wird. Und dann ging es hier nochmal steil nach oben, Konsolidierungsphase und jetzt hier auch wieder ein Step weiter nach oben. Also, was lernen wir daraus? Ganz einfach, Bitcoin hat jetzt zum ersten Mal seit langem mal wieder ein schönes Breakout mit Retest gestartet. Und immer wieder diese EMAs, ich sage es auch immer, jedes Update-Video eigentlich, richtet euch nach den EMAs. Auch wenn ihr Daytrader seid, richtet euch teilweise da mit drauf, nehmt das in eure Analyse mit rein und nehmt euch wirklich hier diese Zeit und schaut euch das ganz genau an, was dann hier unten wieder passiert. Hier unten sind dann alle EMAs gecrossed, hier unten hatten wir dann auch einen 15-Minuten-Chart in 100er EMA, wieder wunderbar als Support bestätigt. Und dann gehen wir hoch und bestätigen hier sogar nochmal unseren 200er EMA und gehen dann hier wirklich sehr stark dann nach oben. Und dann kommt man halt hier in den nächsten Widerstandsbereich einfach rein. Und der nächste Widerstandsbereich war hier mal einfach genau dieses Hoch. Ja, wenn wir uns das Hoch nämlich jetzt hier mal reinballern, ich mache es mal hier ungefähr, ja, dürfte genau passen, ja, dann siehst du jetzt hier folgendes, dass genau dieses Hoch hier erstmal wieder Feierabend war und wir hier dann abverkauft worden sind. Und jetzt wird die Sache nämlich spannend, denn wir hatten dann hier einen kleinen doppelten Boden, wir gehen hoch, wir sehen das Breakout und jetzt wird es sehr interessant, vor allem für dich als Daytrader, ob wir jetzt hier nochmal einen Retest sehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal runtergehen, diese zwei Hochsee antesten, Hochnummer 1 und Hochnummer 2 und dann hier einen schönen Bounce nochmal reinbekommen. Dann musst du aber aufpassen, dass wir hier nicht ein doppeltes Top reinkriegen, ja, aber rein technisch gesehen wäre dann zumindest mal dann auch auf dem 1-Stunden-Chart der Weg frei Richtung 20.800, also wieder Richtung unseren wichtigen Support und Widerstand. Und vor allem, was dann hier auch nochmal sehr spannend ist, ist einfach, dass hier genau der 200er EMA dann auch hier oben reinkommt mit unseren 20.800 Dollar. Die 20.800 Dollar haben wir uns ja schon längere Zeit markiert, das waren diese Tiefs hier an der Stelle, einmal hier, zweimal und hier das Ganze nochmal dreimal. Das heißt, 20.800 Dollar sollte jeder in seinen Chart abgespeichert haben und das wird dann genau der nächste größere Widerstand, weil genau dann auch hier diese 200er EMA perfekt auf den Dollar hier mit diesen 20.800 Dollar übereinstimmt. Das einfach mal dazu, deshalb habe ich hier auch dann nochmal eine Linie reingeballert auf den 1-Stunden-Chart, wundersamerweise. Ja, deshalb müsst ihr immer so zwischen 15er und 1-Stunden-Chart hin und her switchen, weil wenn man sich das jetzt hier anguckt, 15-Minuten-Chart, ich habe jetzt das hier mal markiert, diese hoch, zack, zack, ja, habe mir hier eine Widerstandslinie und Supportlinie reingeballert, die muss man ein bisschen sauberer machen. So, jetzt, und jetzt machen wir die mal auf Save und gehen jetzt mal auf den 1-Stunden-Chart und wundersamerweise, schaut euch mal an, was hier dann passiert, 100er EMA, 1-Stunden-Chart, würde genau hier perfekt wieder zusammenpassen mit dem 15-Minuten-Chart, mit unseren zwei Hochs, was wir uns hier richtig eingezeichnet haben. Ja, also für den Daytrade, das einfach im Auge behalten. Dann schauen wir uns trotzdem nochmal hier den Daily-Chart an, wie sich das Ganze im Moment verhält und zwar haben wir im Moment einen ganz guten Bounce gesehen. Und auf dem Daily-Chart, ich habe es euch immer wieder gesagt, ja, ich bin weiterhin immer noch die Überzeugung davon, dass wir hier diesen ganz großen doppelten Boden reinkriegen. Das heißt, alles, was hier unter 20.000 Dollar ist, ist für mich weiterhin DCA-Zone, ist für mich weiterhin Zone zum Nachkaufen für mein HODL-Portfolio. Das könnt ihr natürlich genauso machen, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen, ja, dass ich hier einfach weiterhin nachkaufen werde. Was ihr dann macht, müsst ihr selber entscheiden, aber das ist für mich einfach hier, dieser Orangen-Schnitt-Box ist Nachkaufzone für mein HODL-Portfolio und das wollte ich euch dann aber auch nicht vorenthalten. Jetzt der RSI, wie sieht der im Moment aus? RSI ist im Moment so bei knappen 20, 25 Punkten. Wir erholen uns langsam auf dem Daily-Chart. Auf dem 4-Stunden-Chart sieht die Sache natürlich schon wieder ganz anders aus, denn auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir eine sehr größere Erholung jetzt erstmal. Und zwar war es ja immer so, wenn wir hier in den überverkauften Bereich waren, habe ich euch gesagt, hey, aufpassen, immer wenn wir in den überverkauften Bereich sind, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal hoch, dass der RSI nach oben bammt. Aber jetzt aufpassen, denn der RSI ist schon wieder bei 50 Punkte. Wenn wir jetzt hier diesen kleinen Move jetzt hier noch sehen, Richtung 20.800 Dollar, wird der RSI schon wieder hier in dieser Gegend sein, zwischen 65 und 70 Punkte Marke und wir dann möglicherweise wieder hier nach unten korrigieren könnten. Das heißt, es wäre nichts anderes als die gleiche Bewegung, die wir hier schon mal gesehen haben. Das heißt, wir kommen runter, wir sehen einen Dump, wir erholen uns langsam und gehen hier Richtung EMAs hoch, sehen nochmal einen Dump, erholen uns langsam und gehen Richtung EMAs hoch und sehen möglicherweise dann hier nochmal einen Dump nach unten Richtung 19.200 Dollar. Und das wird ganz wichtig werden, was die traditionellen Märkte machen. Ihr müsst euch unbedingt den Nasdaq anschauen und die ganzen Aktien, die da mit einhergehen. Wenn da das Ganze sich langsam wieder erholt und die Leute jetzt sagen, okay, der Jerome Paul hat gesagt, alles klar, die Zinserhöhung wird weiterhin so krass durchgeführt. Wir gehen da mit, es ist jetzt wieder alles in Butter und alles im Lot. Und wenn sich da dann die traditionellen Märkte erholen, dann werden wir auch die Erholung wieder bei Bitcoin sehen. Weil Bitcoin leider weiterhin sehr, sehr stark korreliert mit unseren traditionellen Märkten. Und hier sieht man das halt auch nochmal ganz schön. Wir hatten selbst auf dem 4-Stunden-Chart wie so ein Head-and-Solders-Pattern, sind jetzt hier nach unten gefallen, hatten dann auch wieder unseren großen Downtrend, den wir hier hatten auf dem Daily-Chart. Kann man sich ja hier nochmal anschauen, sind wir sogar jetzt wieder drunter gebrochen. Und wir hatten einfach ganz, ganz große Probleme auf dem Daily-Chart, unseren 200er EMA nach oben hin nachhaltig zu durchbrechen. Und zwar auf dem Daily-Chart sieht man das einfach hier auch nochmal ganz schön, dass wir genau hier dann guten Support gefunden hatten über mehrere Tage. Aber dann kam halt wieder diese Hiobs-Butschaft, vor allem dann genau hier diese rote Candle hat uns dann halt wieder runtergedrückt. Und zwar war das genau diese Pressekonferenz mit dem Jerome Paul letzte Woche am Freitag. Also da einfach mal drauf aufpassen und hier unten weiterhin der 800er EMA ist diese weiße Linie. Spätestens hier sollte dann Support reinkommen, dass wir hier wieder weiter nach oben gehen. Sollten wir hier unten diese Tiefs brechen, was durchaus immer noch passieren könnte, dann müsst ihr bei Bitcoin unbedingt aufpassen, weil dann werden wir bei Bitcoin unser Jahrestief testen, diese 17.600 US-Dollar. Gut, dann gehen wir noch rein Richtung Ethereum und dann schauen wir uns den Mt. Gox-Bericht an. Mt. Gox, Mt. Gox, ich hoffe ich spreche das richtig aus. Und zwar gehen wir jetzt hier auch rein und schauen uns das Ganze mal auf dem Daily-Chart an und ich habe euch ja gesagt, Leute aufpassen, wenn die 15.000 Dollar bei Ethereum wäre natürlich der absolute Knaller, wenn die 1.570 Dollar hier brechen sollten, dann geht es hier nochmal relativ schnell nach unten. Das haben wir dann auch gesehen. Jetzt bekommen wir hier so einen schönen Bounce rein. Wo kommt jetzt der Bounce rein? Und auf dem Daily-Chart wird das Ganze jetzt hier auch wieder sehr spannend und interessant. Denn auf dem Daily-Chart, wenn wir uns das anschauen, bekommen wir genau diesen Bounce rein bei unserer Daily-Candle, die wir hier geschlossen haben, wo wir es schön in Support gekriegt haben auf dem 20er EMA. Okay, genau hier kriegen wir den Bounce rein. Das heißt, Stand jetzt haben wir kein tieferes Tief gemacht. Du siehst das hier nochmal ganz schön. Das heißt, wir haben kein tieferes Tief gemacht und es ist durchaus möglich, dass wir jetzt hier weiter nach oben pushen. Jetzt muss man aufpassen, dass man hier, kann man sich mal so eine Widerstandslinie mal reinziehen. Das kann man mal gemeinsam machen. Und zwar zeichnen wir uns das Ganze hier mal ein. Ich hoffe, das geht hier so dollermäßig genau. Also auf dem PC ist es natürlich ein bisschen einfacher wie auf dem Tablet, aber das sieht ganz gut aus. Ja, das heißt, hier siehst du das Ganze nochmal schön, dass wir einfach, das kann man wegmachen und das auch, das brauchen wir nicht mehr, dass wir jetzt hier so einen Downtrend haben. Und wenn dieser Downtrend jetzt nach oben hin durchbricht, dann kann man einfach auch hier sagen, dass wir hier wie so ein Falling Wedge haben. Und das sieht auf dem Daily-Chart erstmal ganz gut aus. Technisches Preisziel von diesem ganzen Ding wäre wieder hier oben in unserer Konsolidierungsphase. Und da will ich einfach dann auch hier den Ethereum-Preis wieder so schnell sehen, wie es einfach geht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dann hier einfach einen sehr schnellen Bounce hier wieder nach oben bekommen, schönen Support reinkriegen und hier oben uns dann wieder aufhalten. Ja, also das wäre einfach das Best-Case-Szenario für Ethereum. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz hier rein und gehen einfach hier nochmal rein und zwar Richtung Mongor. Und da muss ich jetzt sagen, Leute, aufpassen, was geschrieben wird auf Twitter und auf diversen anderen Kryptoseiten. Ja, teilweise beschäftigen sich die Leute gar nicht damit und sagen, boah, jetzt kommen 135.000 Bitcoin auf den Markt und jetzt wird Bitcoin runtergedammt auf 10.000 Dollar und was weiß der Geier was. Leute, unbedingt immer wieder wichtige Infos nachlesen, sei es auf richtigen Seiten und macht euch mehrere Bilder. Nee, das hört sich ein bisschen blöd an, aber macht euch einfach, holt euch mehrere Meinungen an. Ihr werdet ja auf meinem YouTube-Kanal auch immer informiert, wenn es hier wichtige News gibt. Und ich erzähle euch da ja auch immer keinen Mist. Aber, dass 137.000 Bitcoin jetzt auf den Markt geschmissen werden, ist absoluter Humbug. Und deshalb unbedingt aufpassen, diese 137.000 Bitcoin, ja, ich meine, hier, schaut euch das an, da werden dann Tweets rausgeballert, so von wegen, ja, Mongor, dampt jetzt Bitcoin. Mit 137.000 Stück werden den Anlegern zurückbezahlt und bla, bla, bla. Aber wenn man einfach mal auch ein bisschen auf Mongor schaut und schaut, wie das Ganze denn jetzt hier ablaufen soll, dann werden diese 137.000 Bitcoin nicht auf einmal freigegeben. Und zwar dieser Prozess, ja, das steht dann auch nochmal hier, dieser Prozess kann mehrere Monate dauern, bis 137.000 Stück wieder zurück an ihre Gläubiger gegangen sind. Das heißt jetzt nicht, dass Mongor jetzt morgen sagt, alles klar, 137.000 Stück, zack, Wallet und abschicken. Nein, definitiv nicht. Und zwar ist es dann einfach so, dass nur ein bestimmter Teil, ja, ein ganz, ganz kleiner Teil erstmal ausgezahlt wird und der wird auf den Bitcoin-Preis absolut keine Auswirkungen haben, meiner Meinung nach. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Hier ist es auf jeden Fall, kann man sich das Ganze nochmal ein bisschen durchlesen. Ich wollte es euch einfach nur nochmal sagen, es werden nicht 137.000 Bitcoin auf einmal freigegeben, sondern in kleinen Marschen, in kleinen Branchen und dann kann man damit rechnen, dass auf jeden Fall der Bitcoin-Preis da nicht so einen großen Einfluss nehmen wird, wie manch einer, das hier auf Twitter gepostet hat und hier irgendwelche Panik verbreitet. In diesem Sinne, bleib gesund, pass auf dich auf. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn du hier neu auf dem Kanal bist, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen und dann hören wir uns zum morgigen Update-Video wieder. Hau rein, bis dann, dein Basti und wie immer, ciao, ciao.